Zuallererst, ich möchte hiermit keine Arbeit eines jeden Single-Coaches entwürdigen, okay? Ich finde, jeder leistet einen überaus wertvollen Beitrag zur menschlichen Entwicklung. Aber was scheinbar selten in den Vordergrund gerät, ist, dass man den Menschen nicht klar macht, dass es weniger darum geht, auf die Suche nach einem Partner zu gehen, sondern der springende Punkt ist, dass man auf die Suche nach sich selbst geht. Auf Deutsch gesagt, an sich arbeitet. Denn mal angenommen, du bist Tag für Tag an einem Schreibtisch gefesselt und merkst, dass das nichts mit dir zu tun hat, dann ist klar, dass das nicht gerade aufbauend wirkt. Und auch, dass du nicht gerade dann vielleicht Mut hast, das jemandem am Wochenende zu erzählen. Wenn du aber anfängst, dich selbst herauszufordern und auf die Suche gehst nach dem, was dich ausmacht und was deine Gabe für dich und für die Welt ist, dann wird es dich auf eine solche Weise wachsen lassen und dein Selbstbewusstsein aufbauen, dass das Ansprechen und Kennenlernen von einem möglichen Partner praktisch nebenbei und sowieso passieren wird. Denn glaub mir, das Leben wird dich dann so herausfordern, dass du gar nicht anders können wirst, als persönlich zu wachsen. Und das werden natürlich alle mitbekommen. Und das begeistert Menschen einfach. Mut begeistert. Authentizität begeistert. Und das sind Eigenschaften, die man durch den Seelenweg entwickeln oder gewinnen kann. Und dann wird man wahrscheinlich auch gar niemand mehr ansprechen müssen, sondern die Menschen sprechen dich an. Der einzige Haken an dieser Sache ist, es ist der längere Weg. Es wird dich mehr kosten, diesen Weg zu gehen. Eine Frau hast du schnell angesprochen. Es braucht schnell ein wenig Mut, verfliegt dann aber oft auch wieder. Aber Mut als Kernfähigkeit in deinem Leben zu entwickeln, das kann ein wenig dauern. Aber, dann hat man sie für den Rest seines Lebens. Ich möchte dir nochmal etwas ganz Wichtiges mitgeben. Und zwar, sei so oft und so radikal wie möglich ehrlich zu dir selbst und zu anderen. Wie meine ich das? Belüge dich nicht. Sei nicht an dieser Party mit den Freunden, die du eigentlich gar nicht magst. Sei nicht an fünf Tagen in der Woche im Fitnessstudio, obwohl du merkst, dass es dir überhaupt nicht das gibt, was du wolltest. Versuche nicht, die Frau ins Bett zu bekommen, obwohl du sie überhaupt nicht magst. Denn glaub mir, es ist mit das größte Hindernis im Leben, wenn man unehrlich ist. Das tolle an Ehrlichkeit, okay, am Anfang kann man durchaus auch ein paar schmerzhafte Erfahrungen machen. Weil man einfach zu lange unehrlich war. Und erst einmal das anderen verklickern muss. Und das enttäuscht. Es enttäuscht aber auch, man hebt die Selbsttäuschung auf. Und wenn man sich dafür entschuldigt und das mit besten Absichten regelt, dann wird etwas Wundervolles geschehen. Die Menschen, die dich trotzdem noch lieben und die Dinge, die mit dir am meisten zu tun haben, werden als einziges übrig bleiben. Alles andere wird verschwinden. Das kann eine große Veränderung sein, aber es ist massiv befreiend. Wie Stephen Hewitt schon sagte, der Garten fängt sich dann selbst an zu jäten. Heißt, alles wird automatisch von dir angezogen und bleiben, was mit deinem innersten Kern zu tun hat. und alles andere, was dir nicht hilfreich ist und was sowieso nichts mit dir zu tun hat, wird gehen. Ist das einleuchtend, wie simpel und doch nicht ganz einfach das ist. Und alles, was man machen muss, ist eigentlich nur, so oft und so radikal wie möglich, ehrlich zu sein. Und ich meine mit ehrlich, nicht respektlos, okay? Und man tut auch den anderen einen großen Gefallen, weil man nicht unnötig ihre Zeit und Energie verschwendet. Du siehst, es ist also wirklich eine große Win-Win-Situation. Ich hoffe, ich konnte damit meine Sicht auf dieses große Thema ein wenig erläutern. Wenn du mehr von mir sehen willst, dann sieh dich weiter auf der Homepage oben oder geh auf meine Patreon-Seite. Der Link ist ganz unten in der Fußzeile. Und wenn du Fragen hast, dann darfst du dich natürlich gerne bei mir melden. Und jetzt wünsche ich dir nur das Beste auf deinem Weg. Und das meine ich ehrlich.